...kriegst du nicht hin. Du kannst das nicht verteidigen, wenn du jetzt den Fight suchst, bist du vermutlich Game Over. Ja, das wird sehr, sehr schwer hier zu defen sein. Der Golfvorsprung jetzt auch fast bei 10.000 Gold. Und das dann noch zu verteidigen, dann noch gegenzuhalten, ist beinahe ein Ding der Unmöglichkeit. Gen.G. landet hier schon wieder ein Catch und lernt es, versucht sich zu werden, ist aber einfach nicht tanky genug. Man geht hier nochmal rein, der Stun ist eigentlich schön, aber trotzdem verliert man hier die Rea, Luxult hier hinterher. Und das wird es gewesen sein. Kiatusult wird auch nochmal eingesetzt, aber die kann ja am Ende nichts mehr daran ändern, dass man das erste Spiel verliert. Griffin mit einer Niederlage zum Beginn des heutigen Tages und scheint beinahe so, als wäre ich wieder in der guten alten LCK. Ich hab wieder Versprecher dabei, das ist schon mal wie in den guten alten Zeiten. Das ist eigentlich, das gehört zur LCK, aber dass die alten Teams wie Gen.G. jetzt wieder gewinnen, wo gerade ich dabei bin zu casten, es kann kein Zufall sein. Alles in meinem sehr gutes Spiel von Gen.G.